Hallo liebe Moipiloten, wisst ihr was? In Kürze erwartet uns ein neuer Super Mario Brothers Film und ich hab's lange angekündigt, ich hab's lange vor mir hingeschoben, weil ich mein Leben genieße, aber egal, ich hab mit Sebastian zusammen den Super Mario Brothers Film aus den 90ern geschaut als Vorbereitung, weil, also der neue Film kann nur besser werden, also er kann nur besser werden. Das Video heute, das erinnert mich ein bisschen daran, als ich damals für euch Mortal Kombat 2 besprochen hab, denn, wuh, here we go, wie Mario sagt, ja, hier würdest du spoilern kommen, was Super Mario Brothers aus den 90ern angeht, aber Fairness halber, wenn ihr die Spiele kennt, verdirbt euch dieser Film eh alles, das hat irgendwie nichts mit Mario zu tun, aber dazu komm ich noch. Also, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung und wie ein kleiner Klempner mal gesagt hat, let's say go! Okay, vor kurzem war ich tatsächlich in München und habe mit Marco einen Podcast vor Publikum aufgenommen und wir haben über die besten Videospiel-Adaptionen gesprochen, Filme, Serien und alles dazwischen. Und, äh, ich konnt's mir nicht verkneifen anzukündigen, dass ich demnächst über Super Mario Brothers spreche, weil ich glaube, wie viele Kids der 90s bin ich groß geworden mit den Super Mario Brothers Spielen auf dem Game Boy, Super Nintendo, Mario 64, was war das für ein Spiel? Meine Güte, revolutionär, wir alle lieben diesen kleinen Klempner und seinen grünanzügigen Freund und Yoshi und alles, was dazugehört, Mushroom Kingdom, also als es damals hieß, dass das verfilmt wird, ich war jung und ich hab den Film damals sogar genossen, ja, ich muss es einfach zugeben. Aber ich bin irgendwann älter geworden, hab ihn nochmal geguckt und mein erster Gedanke war, was für eine Scheiße hab ich da eigentlich gerade geschaut, inwiefern kann man das überhaupt noch als Mario Brothers vermarkten, wenn es außer ein paar Namen nichts damit zu tun hat? Okay, nur so ein bisschen Mario Brothers 101, ich meine, die Story ist nicht komplex, ich meine, es sind zwei italienische Klempner, die ins Mushroom Kingdom gesaugt werden und da gibt es einen Bad Guy. Ganz früher hat man den King Cooper genannt, später Bowser, es ist aber der gleiche Charakter und der will halt das Mushroom Kingdom erobern und Mario rettet eine Prinzessin und dann gibt es noch Yoshi, das ist ein Dino, auf dem man reiten kann, einen kleinen süßen Pilz namens Toad, ihr wisst es, ich meine, komm, ich erkläre euch etwas, was ihr, glaube ich, ohnehin schon wisst, ganz egal. Das sind so nur die Eckdaten dieses Games, das ist alles. Und der Film geht los und ich muss sagen, das Beste am kompletten Film, zumindest zu Beginn, ist, dass wir die originale Mario Musik hören. Und dann, ihr wisst es schon, ich kann nicht weiter singen, weil eventuell, das kriegt ein Copyright Claim, weil YouTube YouTube ist. Und danach geht es los und ich hätte schon bei der Eröffnungsszene eigentlich damals stutzig werden sollen. Wir sehen Dinosaurier, die mit einem Brooklyn Italo Akzent sprechen. Ja, das ist so eine Animation und uns wird erzählt, dass vor 65 Millionen Jahren die Dinos ausgestorben sind durch einen Meteoriten, aber das stimmt gar nicht. Was wirklich passiert ist, ist, dass ein Meteorit eingeschlagen ist und ein Paralleluniversum erschaffen hat. Das heißt, während wir Menschen in diesem einen Universum uns entwickelt haben, haben sich die Dinos in einem Paralleluniversum entwickelt. Und dieses bisschen Information wird später noch sehr wichtig für die Handlung, aber wir wissen jetzt schon, oh Gott, das ist diese Art von Film. Kurz darauf sehen wir Samantha Mathis. Ich meine, das ist ihr Name, sie spielt Daisy, aber sie spielt auch Daisys Mom. Okay, und sie bringt ein Ei, ein Dino-Ei zu irgendwelchen Nonnen und aus denen schlüpft ein Baby. Das bedeutet, der Film will uns weismachen, dass aus Dinos Säugetiere wohnen, die aber trotzdem aus Eiern schlüpfen. Weil realistischer ist das, was man aus den Games kennt. Das ist nicht realistischer. Das ist einfach, das ist einfach bescheuert. Das ist einfach so hart bescheuert. Aber okay, danach machen wir weiter mit Mario und Luigi. Und fairness halber, Bob Hoskins ist ein gutes Casting für Mario. Muss ich einfach sagen. Ich meine, er sah ein bisschen aus wie Mario, gerade mit dem Schnauzer. Und wenn er und John Leguasamo einfach nur die ganze Zeit in ihrem Brooklyn-Italo-Akzent treten, ist das irgendwie unterhaltsam. Obwohl John Leguasamo war damals nicht der Schauspieler, der er mittlerweile ist. Es tut schon manchmal weh, ihm zuzuschauen. Es ist nicht leicht. Und die beiden sind Klempner. Und das ist deren komplette Charaktereigenschaft. Sie sind Klempner. Und der Film erwähnt es übrigens auch 20.000 Mal, dass die beiden Klempner sind, weil was anderes haben die nicht zu bieten. Okay. Okay. Und Mario ist ein Player. Hat ein Date nach dem anderen. Die sehen übrigens alle aus wie Side-Characters aus Goodfellas oder die Nanny. Aber okay. Und dann sehen wir eine Archäologin, die tatsächlich Dino-Knochen ausgraben möchte. Aber da ist der Rivale von Mario, der anscheinend ein Mafia-Boss zu sein scheint. Zumindest wirkt das so. Aber der hat da auch seine eigene Baufirma. Und der grätscht ihr immer so ein bisschen rein. Aber das ist Daisy. Das heißt, Princess Daisy ist Archäologin und sucht Dino-Knochen. Warum? Keine Ahnung. Aber sie hat so einen kleinen Stein. Den hat sie um eine Kette rum. Weil das das Einzige ist, was sie noch hat von ihrer Mutter. Und sie kann sich nicht daran erinnern. Und dann will Luigi sie ansprechen. Mario hilft ihr dabei. Und die gehen zur Vierte. Die haben dann so ein Doppeldate. Und wir erfahren, dass Luigi der Sohn von Mario ist. Aber nicht wirklich. Mario hat ihn großgezogen. Wo hat er ihn gefunden? Keine Ahnung. Er ist sein Bruder, seine Mama, sein Papa und sein Onkel. Wir erfahren übrigens auch später endlich den Nachnamen von Mario. Das ist Mario. Name. Mario. Last Name. Mario. Und Luigis Nachnamen ist daher Luigi Mario. Okay, was ist dein Name? Luigi. Luigi. Luigi, Luigi. No, Luigi Mario. Wolltet ihr das sehen? Es ist Mario Mario und Luigi Mario. Wart ihr so heiß darauf? Und dann lernen wir Iggy und Spike kennen. Nur mal so. So sieht Iggy aus in den Spielen. So sieht Spike aus in den Spielen. Das sind die zwei Trottel im Film. Ja, das sind einfach Slapstick Charaktere. Solche Henchmen von Cooper, den wir gleich noch kennenlernen. Dennis Hopper. Dennis Hopper hat sich dafür hergegeben. Es ist schwer, über diesen Film zu reden. Und sie haben halt den Auftrag, Frauen zu entführen, die so eine Kette haben. Und sie entführen dann dauernd die falsche Frau. Doch dann kriegen sie tatsächlich Daisy. Und weil Luigi nach einem Date unsterblich in sie verliebt ist, will er sie retten. Also rennen Mario und Luigi ihr hinterher. Und es stellt sich heraus, sie wird in diese andere Dimension gezogen. Weil als sie da angefangen haben zu bohren und als gerade diese Baufirma kam von diesem Rivalen von Mario, wurde da ein Loch aufgerissen. Das heißt, man kann jetzt zwischen den Dimensionen reisen. Ihr wisst, es ist ein Mario Brothers Film. Ich schwöre, der Film heißt so. Es ist wirklich, es soll ein Mario Brothers sein. Und Luigi steht übrigens auf Daisy. Ja, also es ist nicht Mario. Was okay ist, weil Mario ist in dem Film wesentlich älter als Daisy. Es ist trotzdem irgendwie random, dass Luigi hier so der Main-Charakter quasi ist. Und dann springen die beide rein. Und dann freut man sich. Wir sehen das Mushroom Kingdom. Und wie sieht es aus? Wie ein verfluchter Albtraum. Das heißt Dino-Hatton. Also das Ding heißt eigentlich nur noch Mushroom Kingdom. Weil der ehemalige König von... Von Dino-Hatton, ja. Der wurde dank einer De-Evolutionstechnik zurückentwickelt zu einem Pilz. Bedeutet das, dass er von einem Pilz abstammt? What the fuck is this piece of shit? Wahrscheinlich. Und jetzt ist diese ganze Stadt zugereutet mit so einem Ekelpilz. Es ist eine Pilzinfektion. Und deswegen nennen sie es Mushroom Kingdom. Ich meine, das ist mehr Mad Max. Das sieht aus wie, alle zwei Sekunden töten sich Leute auf der Straße, werfen sich irgendwie in die Kanalisation, überfallen einander. Weil Größe... Ich hab keine Ahnung. Aber zwischendurch sieht man dann mal so ein paar Dinos auf dem Boden. Die sehen aus wie diese kleinen, fiesen Biester aus Jurassic Park 2. Ihr wisst schon, die ganz niedlich aussehen, wenn sie alleine sind. Aber wenn es mehrere sind, wird es tödlich. Generell, der Film wirkt so, als wäre Dino-Hatten tödlich. Und ich... So wirklich für Kinder fühlt sich das nicht mehr an? Hm. Ja, und Mario und Luigi gelingt es, an den Stein zu kommen. Das heißt, jetzt hat Cooper Daisy, aber er hat den Stein nicht. Aber er braucht den Stein, weil wenn er den in so ein Loch drückt, dann kann er tatsächlich diese Dimension übernehmen. Das heißt, sein Dino-Hatten wird überall der Fall sein. Ergibt das Sinn? Nein. Aber es ist scheißegal, weil nichts Sinn ergibt. Und dann lernen wir Dennis Hopper kennen als King Cooper. Also er tut alles, um diesen Dialog zu retten. Er tut wirklich alles. Seine Frisur sieht herrlich beschissen aus. Das sieht aus wie so eine aufgeschnittene Frucht, die er da auf dem Kopf hat. Weil es sind ja ursprünglich Hörner gewesen bei Bowser. Und die ziehen halt... Das ist so ein bisschen wie bei Batman & Robin. Wo jedes Mal, wenn wir Mr. Freeze sehen, es Eiswitze gibt. Wenn du Cooper hast, gibt es Dino-Witze. Zum Beispiel, er bestellt eine Pizza mit Dino-Zeugs drauf. Übrigens, die Tante von Harry Potter, die ist seine Frau, weil Cooper eine Frau hat. Und dann lernen wir Toad kennen. Kommt schon. Wenn ihr an Toad denkt, denkt ihr an einen obdachlosen Hippie mit einer Mundharmonika, der Anti-Regime-Lieder veröffentlicht? Ich auch nicht. Aber es ist so. Und auf Mario und Luigi wird dann Jagd gemacht, wo man herausfindet, Klempner sind böse, weil Klempner haben den Stein. Und Cooper ist halt so ein Diktator. Und dann werden die beiden verhaftet. Und dann findet man heraus, was Cooper mit Leuten macht, die gegen das Regime gehen. Und hier wird es so herrlich absurd. Also, es ist schon lustig. Also, ich gebe dem Film eins, er ist genießbar auf diese, meine Fresse ist das beschissen Art und Weise. Und zwar, er hat halt so eine De-Evolutions-Maschine. Und da drückt er Leute rein und dann verwandeln sie sich in ihre Vorfahren, evolutionär bedingt. Und das sind Goombas. Ja, kennt ihr noch Goombas? Stupid. Sie werden wortwörtlich zurückgebliebene Halb-Dinos mit einem kleineren Gehirn. Und grinsen die ganze Zeit, blöde. Und dann macht er sich sogar noch über sie witzig und macht, na, Goomba. Das ist im Film. Ich denke mir das nicht aus. Wenn ihr das so offensive findet, das ist im Film. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Will ich nur sagen. Goomba. Und das ist seine Armee. Und Daisy, die findet er irgendwie geil. Und Mario und Luigi gelingt es kurz, ihn in diese De-Evolutions-Helm-Apparatur zu drücken. Also wächst ihm ab und zu so eine lange Zunge. Weil er wächst vom Tyrann... Er stammt vom Tyrannosaurus. Ach, deswegen läuft er auch den ganzen Film über so. Ja, dann kommt halt das, was kommen muss. Mario und Luigi probieren irgendwie Daisy zu befreien. Die jetzt in so einem Albtraumschloss festgehalten wird. Wo man Yoshi sieht. Ist der klein, süß und grün? Nein. Aber, Fairness halber, und ich habe den Film mit Sebastian geguckt. Das heißt, wenn ich jetzt scheiße über Yoshi reden würde, wäre ich nicht fair. Ich habe zu ihm gesagt, meine Fresse ist der kleine Dino süß. Und ja, meine Fresse ist der kleine Dino süß. Hat er was mit Yoshi zu tun? Nein. Nichts, der Film hat mit irgendwas zu tun. Schweine tot ist ein Goomba. Und Goomba ist... Ja, das, was ich... Ich zeige euch einen Clip. Ja. Ja, und dann geht es eigentlich nur darum, dass die Mario Brothers wieder an den Stein gelangen müssen, der ihnen abgenommen wurde von Berta. Übrigens, das ist Berta in einem Mario Brothers Film. Und Mario muss sich sexuell verführen, um da wieder ranzukommen. Und beißt ihr quasi in die Brüste, um ranzukommen. Haha. Kinderfilm. Ja, und dann ist es das eigentlich. Das ist so die Jagd nach dem Stein. Es gibt zig Verfolgungsjagden. Die sehen alle aus wie bei Mad Max. Es gibt zig Explosionen. Man weiß ganz genau, wenn man sich das alles anguckt, was ihr so für Sets gebaut habt, was da alles in die Luft fliegt, was ihr für Schauspieler gekriegt habt, ihr kriegt euer Geld nie zurück. Das geht gerade alles in den Flammen auf. Und das ist der Fall. Dann finden Mario und Luigi, die werden immer von diesem Räudepilz gerettet. Weil der Räudepilz ist der Vater von Daisy. Weil erneut, der von einem Pilz abstammt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren kann, dass wir Menschen uns aus dem Pilz entwickelt haben, aber gut. Gehirn ausschalten. Fair, fair. Und das ist halt auch deren Mantra. Vertraue dem Fungus. Und wenn Mario zum Beispiel einen Pilz hält, kann er damit einen Schuss abblocken. Und dann kriegen die tatsächlich ihre ikonischen Klamotten. Ein bisschen. Sehen nicht hundertprozentig so aus, aber zumindest sieht Mario rot aus und Luigi sieht grün aus. Dann gibt es tatsächlich diese Rodelbahn ohne Pinguine, sondern einfach, weil er alles einfriert. Und da gehen Goombas kaputt. Die bringen Goombas sogar zum Schaukeln und zum Tanzen in den Fahrstuhl. Warum? Weil sie bescheuert sind. Genau deswegen. Und dann probiert Coopers Frau, Cooper zu hintergehen. Nimmt den Stein, drückt ihn wo rein und geht dabei kaputt. Und dann klauen sie den Tod aus Batman Returns von Christopher Walken, indem sie einfach zu einem Skelett wurde und ihr Mund aufliegt. Aber genau in diesem Augenblick hat sich ja Mario mit Cooper duelliert. Also finden sich die beiden in der Welt wieder in unserer Welt. Und Cooper freut sich darüber, sieht den Konkurrenten von Mario, diesen komischen Typen mit der Baufirma, schießt auf ihn, weil er jetzt anscheinend auch eine Pistole hat, die einen de-evolutionieren kann. Und er wird zu einem Affen, zu einem Schimpansen, was zu diesem großartigen Zitat führt. Monkey! Ja, und alle freuen sich darüber. Niemand ist schockiert. Niemand sagt, oh shit, ein Mensch wurde gerade zu einem Affen gemacht. Die freuen sich alle, hö, der war ja blöd, deswegen ist er jetzt ein Affe. Die sind nicht mal schockiert, dass die Goombas sehen. Weil, ich weiß nicht warum. Ja, und dann endet es so, wie ihr es euch vorstellen könnt. Mario und Luigi retten den Tag, schießen auf Cooper mit seiner De-Evolutionskanone, so lange, bis er einfach nur zu Urschleim wird und zappt. Und anscheinend, wenn Cooper stirbt, wird alles ungeschehen. Das Mushroom Kingdom sieht zwar immer noch scheiße aus, aber der König ist zurück. Wieso ist der König zurück? Und wieso wird der von Bishop aus Aliens gespielt? Hm. Daisy will zurückbleiben, damit sie Dino-Hatten aufbauen kann. Das heißt, alles, was Luigi gemacht hat, war umsonst. Der kriegt eh nicht das Mädel. Und die reisen zurück. Und das ist das Ende. Nein, das ist nicht das Ende. Denn tatsächlich sehen wir ein paar Wochen später, kommt Daisy, erneut in unsere Welt, tritt die Tür auf und sagt, ich bin bereit für ein weiteres Abenteuer. Ihr wisst nicht, was bei mir los ist. Und Mario, doch, mittlerweile glaube ich ran. Und dann denkt man tatsächlich, dass es noch ein Sequel gibt. Nope, der Film war scheiße genug, dass es kein Sequel gibt. Was ich mag, ist tatsächlich die Babybomben. Diese Bob-Arms. Die sehen genauso aus wie im Spiel. Und die waren irgendwie lustig. Ich finde es witzig, dass alle sich einscheißen, wenn sie diese kleinen Babybomben sehen. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Also der Film ist eine derartige Katastrophe. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ein Asset-Trip, der na, der, der IP-Namen geklaut hat von Mario und gesagt hat, ja, wir machen so eine Art Mad Max-Spinoff für Kids, nennen das aber Mario, hoffen, das fällt keinem auf, dann denken wir uns irgendeine ganz beschissene Mythologie aus. Läuft bei uns. Und das ist der Film. Das ist wirklich Kacke. Ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich, ich hole heute Jeff Goldblum und The Rock. Erst sagt euch Jeff Goldblum, was er von dem Film hält. Danke, Jeff. Jetzt sagt euch The Rock, was er von dem Film hält. Danke, The Rock. Jetzt sage ich euch, was ich von dem Film halte. Ich halte ihn für Kacke. Wenn Kacke ein Film wäre, dann wäre Super Mario Brothers. Und damit bin ich fertig. Ich freue mich auf den Originalen Film. Äh, Originalen Film? Ja, er wird origineller sein. Und er wird sich mehr an die Originalvorlage halten. Das heißt, jetzt frage ich euch, seid ihr Fans von Mario Mario und Luigi Mario? Schreibt mir in die Kommentare. Und jetzt gibt es hier noch jemanden, der mir was zu sagen hat. Habe ich irgendwie gehört. Deswegen, oh, da ist er ja. so ein Quatsch. Yves hat den Film überhaupt nicht verstanden. So wie immer. Der war komplex. Er hitet halt auch nur noch über alles. Ja. Hast du überhaupt noch Spaß? Ja. Das geht für überhaupt nicht bei dir. Und deswegen werde ich euch auf Filmstatt erklären, warum Super Mario Brothers von 90ern Jahren ein toller Film. Ein richtig toller. Mein Herz ist gerade gebrochen. Aber was passiert? Schaut euch sein Video an. Schaut es euch an. Dann habt ihr diese Balance. Wir nennen uns ja häufig Ying und Yang. Deswegen, hier habt ihr definitiv die Wut gerade gehabt. Jetzt kriegt ihr die Liebe. Er ist, wenn ihr aus den 90s kennt, kennt ihr auch Captain Planet. Sein Ring war Liebe. Und damit ver... Ich hab gerülpst. Tschüssi. Und damit verabschieden wir uns und sagen Let's go! Let's go!